Wir müssen verhindern, dass Ohrfeind und Samplers sich treffen an uns, um das Universum explodieren. Ja... Könnt ihr noch ein bisschen näher analysieren, so im Schein des Feuers und mit Lagerfeuern. Das ist auch bald ein Hausländer, aber naja, gut. Das ist ein extrem kein Pappenspieler, um das Ganze abzuspielen. Ein was für ein Pappenspieler? Ein extrem kein Pappenspieler. Aber weißt du, wie transportal man in der Pappensammlung dann ist? Stimmt. Bei den 5000 Platten oder so, hast du eigentlich schon mal nicht aufgemacht, wie viele das waren, oder? 4.000 sind es. Plus 1.000 zum Verkaufen, ok. Ich hab bloß 4.000. Machst du dann wieder das, was du willst? Das kann man beitrennen bei langsam, wenn wir in dem Raumschiff sind. Was ist denn, was du willst? Schloss? Das ist ein beginnt geniales, das ist OK. Ich mache dich genial! Wir wangen Smartphone an zu anschauen mit einem feuer camera ole. Vielen Dank.